Liebe Augsburger Allgemeine Zeitung, herzlichen Glückwunsch zum 75. Jubiläum. Das Ganze begann ja mit einem historischen Dokument, nämlich der Lizenz 007. Das kennen wir aus anderen Sphären, aber diese Lizenz, das war eine Lizenz zum Verlegen einer Zeitung. Und der Auftrag war noch viel konkreter. Es sollte nämlich das Verlegen einer regionalen Qualitätszeitung sein. Und diese Lizenz erfüllen Sie bis heute. Sie zeigen, welche Nachrichten vor der eigenen Haustür uns bewegen, aber berichten nicht nur über die Region. Insgesamt haben Sie die Region geprägt. Sie haben hier den Stempel aufgedrückt, von Oberstdorf bis Oettingen, von Neu-Ulm bis Friedberg. Sie haben Schwaben insgesamt im Auge. Vielen Dank dafür, liebe Augsburger Allgemeine. 75 Jahre voller Einsatz für unsere Region. Ich freue mich auf die nächsten, sagen wir mal, 75 Jahre. Alles Gute.